So, dann sind wir wieder bei Nier Automata, einem sehr, sehr, sehr geilen Spiel. Ich nimm mir mal das und das. Pflanzen. Pflanzen. Was passiert dann, wenn ich fünf Stunden hier bleibe? Passiert dann gar nichts? Okay, ich muss aber. Uh-oh. Oh, zwei von neun. Was ist das? Ah. Nein 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 Ah Leck mich Ähm Scheiße Wir sind geliefert Ich wusste es Ein Roboter hat niemals ein Gesicht Also eine Maschine Das war mir so ein aufwendiges Boing Mach schießen Ich will schießen Ich hab's verstanden Wir sind geliefert Stimmt Au 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 Autsch Was? Aua Tutanet kann mir schaffen Autsch Wir machen ja echt viel Damage. Nein, nicht schon wieder Ich mag das nicht von unten Ich will weeeegg Is it serious here? Komm schon, den alten Kackbratzen hier kriegen wir noch klein, kleiner als er jetzt schon ist Wir machen jetzt den Hacking! Yay Booster! Nein! Nein! Dieses Fake Fish! Meins, 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 meins. Als ob der jetzt angeht. Ah, er weiß nicht, wo wir sind. Er weiß nicht, wo wir sind. Ha, 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 ha. Opfer, Opfer. Das wäre zu lustig. So. Einer noch. So. Robert, da schießt 24,7. Oder scheiß, oder keine Ahnung was. So. Gleich geschafft. Nein, er ist ein Android. Er erklärt die Augen, er braucht ja nicht keine Augen. Seine ganzen Sensoren und alles. Ich pick euch kurz und klein! Ich habe ihn schon alles. Ich bin damit. Der zweite Mann war. Ich habe ihn nicht. Basesch der Rakuten und LON-Li-Würz-W Moto. Und das? Kommt. Dann sind wir den Irte. Du bist. Du bist Court. Ich bin, ich bin... Ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin... ...der Krieg... ...der Wettbewerb... ...der Stimmen... Sollte Geräusche Wieso 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 Jetzt rickt der Wichser richtig aufs Maul. Was? Habe ich nie gesagt. So. Miau. Was? Der war das also, der unsere Freunde getötet hat. Der war das auch. Jetzt geht's richtig auf, die Frösche! Eins und zwei und drei! Behalt den Arm, behalt den Arm! Ah, doof! Ich glaube, jetzt ist er tot, würde ich sagen. Ich habe ihn mit der Bakationen... Nein, ich glaube, ich habe nicht besoin. Und ich habe ihn mit dem Geist und 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 dem Geist das... Ich bin sehr gut, dass ich nicht so gut bin. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das war es so gut. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Es ist einfach. gestern erinnerung für er und schafft freigeschalten beliebter körper und da sind wir aber warum sind wir da ach wir können uns bewegen speichern möglich schnell speichern so das war jetzt so 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 bin okay so 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 dass der gesamte Vorgang für die Nachwelt aufgezeichnet wird. Was ist das? Äh, was? Ähm, ich glaube alles... Sie hat auch Augen. Nein, 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 nein. Höhöhöhöhö. Nein, es ist... Was ist das? Keishoh. Ich kann nicht nur auf meine Namen, san, zugegeben. Ah, ja. Entstanden. Ah, genau. Ich habe den Herrn, also gehen wir mit uns. Ah, nein. 2B. So. Äh, ich kann hier einfach rumballern. Das ist klar. Kannst du mal da raus, Hüpfebär? Speichern. So. Diese Nachricht in der Verz... Verzifizierung des E-Mail-Kontos Mitgliedern. Mitglieder, die Probleme mit dem E-Mail-System haben, sollten so schnell mögliche vorgesetzt werden. Okay, ich darf auch wieder reden. So. Alles so schwarz-weiß hier. Sieht ein bisschen doof aus. So, Schatzi. Können wir jetzt... Äh, keine Änderung. So. Ah, das haben sie verbessert. Weil ich habe schon in anderen Videos gesehen, die haben die ganze Zeit E gedrückt. Und immer die nebenstehende Personen. Also, die da. Weil die auch nur auf E und so. Naja. Ballern wir hier mal alle tot. Nö, nein. Spaß. Oh. Juhu! Aufgabe gekriegt Okay Yay, wir werden geloopt Ja, okay, ja So Äh, das sind Uh Ähm Warte mal Das sind wir in einem anderen Kleid Oder? Nee, keine Ahnung So Äh, sorry Bitches, wir verzupfen uns mal Verzupf, zupf, zupf, zupfen uns mal So Ja, okay Okay. Ja, das ist der Hangar. Speichern möglich. Nein, stimmt gar nicht. So. Okay. Wer glaubst du, muss die ganze Katze wieder ausbessern, eine so schöne Einheit so zu verschandeln gegen solcher Leute? Stopp, es tut uns ja leid. Lass uns auch mal wieder gut sein. Okay. Nein. Go! Überall Kratzer reinmachen. Was? Befehle sind Befehle. Wahrscheinlich deswegen. Lass sich doch nicht so oft... Wir haben heute neue Geräte. Wir sehen uns die Möglichkeit, die Verwendung der Verwendung zu sehen. Entschuldigung. Alter, hier ist es nicht. Keil. Mach kaputt! So. Autsch! Bäh! Oh! Da bin ich wohl gestorben. Hä? Ich wollte noch gar nicht, was ich machen soll! Naja, ich würde euch aber auch sagen, das war's von dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Sieht nicht aus. Die Wolkenne Oh yeah I'll take you like a bitch Get my fill, fill, fill You're like a pill, pill, pill Get my fill, fill, fill No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Oh yeah Take you like a pill Get my fill Oh yeah Vielen Dank.